Was ist unser heutiges Aargauer Schulgesetz? Unser heutiges Aargauer Schulgesetz ist 1982 in Kraft getreten, also seit über 40 Jahren in Kraft, und hat seit 46 Teilenrevisionen erfahren. Aufgrund dessen ist die Struktur des Gesetzes völlig durcheinander gekommen. X Paragrafen fehlen. Es wurden neue reingedruckt, mit Unterparagrafen ergänzt. Die Struktur des Gesetzes und die Lesbarkeit ist wirklich nicht mehr gegeben. Und es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, nach 40 Jahren zu sagen, dass wir das wieder auf ganz neue Beine stellen, modern strukturieren, die Gesetzes-Hierarchie auch wieder gut durchdenken. Und das hat jetzt zu dem geführt, dass wir entschlossen haben, jetzt machen wir eine Totalrevision, bevor es dann in zukünftig wieder Teilrevisionen geben wird. Ja, es ist heute so, dass heute die Mittelschule mit allerdings lediglich drei Paragrafen im heutigen Schulgesetz geregelt sind, aber sehr viel ist nachher auf dem Mittelschuldekret, das ist die nächste Stufe, und nachher noch in Verordnungen geregelt. Und das wollen wir jetzt verändern. Wir machen jetzt ein Volksschulgesetz separat und ein Mittelschulgesetz. Und wir halten aber das Mittelschuldekret auf und bringen alle die Paragrafen und Inhalte vom Mittelschuldekret ins Mittelschulgesetz in. Darum wird es ein grosses Volksschulgesetz geben. Und auch immer noch ein sehr grosses Mittelschulgesetz, das alles regelt, was muss sein. Datenschutz zum Beispiel muss komplett neu sein. Das war bis jetzt nicht drin. Und, und, und. Aber so wird es ins künftig viel klarer sein. Wir haben ein Volksschulgesetz und wir haben dann für die nächste Stufe, neben Sekundarstufe 2, die Skimi und FMS gehen, das ist dann das Mittelschulgesetz. Es gibt nicht eine wichtige, entscheidende, grosse materielle Anpassung. Die Idee ist wirklich, dass wir die ganze Struktur von diesen neuen beiden Gesetzen, von der Basis her nochmal neu dann aufbauen, heutiger Zeit anpasst, auch sprachlich anpasst. Zum Beispiel hat es das Wort körperliche Züchtigung im heutigen Schulgesetz. Das werden wir selbstverständlich nicht mehr so formulieren. Darum sind es wirklich formellen. Inhaltlich gibt es politische Vorstösse, die die letzten 3-4 Jahre überwiesen worden sind. Da geht es zum Beispiel um einen Punkt Eintrag in Zeugnisse von unentschuldigten Absenzen in der Oberstufe. Das ist wahrscheinlich aber nicht die grosse materielle Änderung, die ist auch schon vordiskutiert im Parlament. Und darum die einzige wirkliche Neuerung, die ich erwähnen könnte, ist im Sonderschulbereich, wo auch sehr viele Fragen vom Parlament sind, dass wir dort eine leichte Kompetenzverschiebung bei der Sonderschulzuweisung machen, die heute bei den Gemeinden angesiedelt ist, die wir auf der Kantonsebene machen möchten. Es hilft aber der Systematik und es wird dann auch eine Pflicht sein, vom Kanton das auch zu machen. Ja, der Zeitplan ist so wie immer. Drei Monate geht es jetzt in die Anhörung. Es wird sehr breit daherkommen. Ich hoffe sehr stark als Parteien und Verbände sich wirklich auch bewusst sind, dass es vorwiegend eine formelle Anpassung ist und die Struktur soll aufgebaut werden von den neuen Gesetzen und nicht die grossen, neuer bildungspolitischen Reformen wollen vorschlagen, weil wir haben sehr grosse Reformen hinter sich, die jetzt zuerst konsolidiert werden müssen, vor allem im Volksschulbereich. Und die Schule braucht jetzt Ruhe, das brauchen wir nicht wieder die grossen Reformen. Aber wenn die Anhörung natürlich sehr komplex daherkommt, dann wird der Zeitplan schwierig werden. Sonst wäre es so, dass wir im nächsten Sommer erste Lesung im Parlament haben, also Sommer 24, Führung 15, zweite Lesung. In Kraftsetzung dann vom Volksschulgesetz und Mittelschulgesetz 1. August 25, also auf Schuljahresbeginn. Das ist der Zeitplan. Ich hoffe, den können wir einhalten, wenn die Anhörung jetzt nicht zu detailliert und zu breit daherkommt. Aber für das ist die Anhörung da. Ich bin gespannt auf die Antwort in den nächsten drei Monaten.